In türkischen rechtsradikalen Kreisen hört man immer wieder Hetze gegen Armenier. Und in diesem Video möchte ich ein bisschen was über die Hintergründe erzählen, warum ausgerechnet diese Minderheit so viel Hass von Rechtsextremen abbekommt. Die Armenier sind ein uraltes Kulturvolk. Die frühesten nachweislichen Erwähnungen, die wir kennen, sind aus dem 6. Jahrhundert vor Christus, also über 2.500 Jahre alt. Das sind griechische und persische Inschriften. Und man weiß nicht genau, wie viel älter sie noch wirklich sind. Da gibt es Schätzungen bis zu 1.300 vor Christus, was bedeuten würde, dass die Armenier 3.500 Jahre mindestens alt sind. Das sind alles Vermutungen, die man nicht wirklich nachprüfen kann. Das spielt für die jetzige Geschichte auch keine Rolle. Aber wir wissen, Armenier ist eine sehr, sehr alte Kulturnation. Und sogar die erste Nation der Welt, die den christlichen Glauben annahm. Das Königreich Armenien hat zu Beginn des 4. Jahrhunderts den christlichen Glauben angenommen und war damit früher dran als das Römische Reich oder irgendwelche anderen Länder. Das heißt schon eine sehr, sehr alte christliche Geschichte in Armenien, die bis heute anhält. Von der Antike an war Armenien immer mal wieder unabhängig und immer mal wieder Teil von größeren Imperien. Das Römische und später Oströmische Reich zum Beispiel, das Persische Reich, später das Osmanische Reich und später auch noch das Russische Zarenreich. All die hatten immer wieder Kontrolle über ganz oder meistens über Teile von Armenien. Zwischenzeitlich war Armenien auch mal wieder unabhängig, aber die meiste Zeit war es Teil von größeren Imperien. Eine Ähnlichkeit, die die Armenier mit den Kurden zum Beispiel haben. Um jetzt aber die Wurzel des Hasses und die ganzen anti-armenischen Verschwörungstheorien zu verstehen, die heute immer noch im Umlauf sind, da muss man ins Osmanische Reich schauen und besonders in die Spätzeit des Osmanischen Reichs, also gerade so das 19. und 20. Jahrhundert. Damals hatte man eine Phase des Niedergangs. Das Osmanische Reich, ihr kennt es wahrscheinlich, war einmal einer der mächtigsten Staaten der Erde, ein riesengroßes Imperium über drei Kontinente und war definitiv auf der Höhe der Zeit und ein moderner Staat. Spätestens im 19. Jahrhundert war das nicht mehr so und es gab große politische, soziale, wirtschaftliche Probleme und Missstände im Reich. Zu dieser Zeit lebten viele Armenier im Osmanischen Reich und zwar als christliche Minderheit in einem mehrheitlich muslimischen Reich. Die Armenier waren relativ weit verbreitet, also in allen größeren Ortschaften gab es armenische Communities, Familien, Niederlassungen und so weiter. Die Armenier waren, und das ist eine interessante Parallele zu den europäischen Juden, die Armenier waren hauptsächlich im Bankwesen und als Händler tätig. Unter anderem deswegen, weil im Koran der Wucher, wie auch im klassischen Christentum, der Wucher, also das Geldverleihen für Geld verboten war. Und deswegen war es natürlich naheliegend, dass eine christliche Minderheit, wie die Armenier, ins Bankwesen einsteigen. Die Tatsache, dass die Armenier viel im Handel tätig waren, das hängt auch damit zusammen, dass sie eben so weit verbreitet waren, internationale Beziehungen hatten, es eine große Diaspora gab und man eigentlich überall armenische Niederlassungen hatte. Und das in einer Zeit, wo Handel auch sehr viel noch mit Vertrauen zu tun hatte. Dementsprechend waren die Armenier meist wohlhabender und auch besser gebildet als die durchschnittliche Mehrheitsbevölkerung. Und das ist auch wieder eine traurige Gemeinsamkeit, die die Armenier mit den europäischen Juden haben. Man hat also eine ethnisch-religiöse Minderheit, die besser gebildet ist, die mehr Geld hat, mehr wirtschaftlichen Erfolg und die vor allem auch davon lebt, dass sie Geld verleiht. Das heißt, viele einflussreiche Leute schauen neidisch auf diese Minderheit und haben eventuell sogar selber bei ihnen Schulden. Und das führt dazu, auch wieder, parallel zum europäischen Mittelalter und der frühen Neuzeit, dass neidisch auf diese Leute geschaut wird und vor allem, wenn es soziale, politische, wirtschaftliche Krisen gibt, und die gab es im Osmanischen Reich im 19. und 20. Jahrhundert viele, dann war es naheliegend, diese Minderheit als Sündenböcke heranzuziehen. Und das führte dann, kombiniert mit einem neu importierten Nationalismus dazu, dass die Armenier immer wieder Opfer wurden von Pogromen, von Verfolgung, von Mord, bis hin zur großen Katastrophe im frühen 20. Jahrhundert, dem Völkermord an den Armeniern durch das Osmanische Reich im Ersten Weltkrieg. Und da müssen wir jetzt auch gar nicht groß drüber diskutieren. Die absolut überwiegende Mehrheit aller Forscher, alle relevanten Wissenschaftler sind sich einig, es gab einen Völkermord an den Armeniern. Und das ist wieder auch so ein Problem. Außerdem, die wissenschaftliche Community, international, die stellt das überhaupt nicht in Frage, aber in der Türkei, dem Nachfolgestaat des Osmanischen Reichs, wird die Geschichte anders gelehrt. Da wird eine nationalistisch verklärte Version der Geschichte verbreitet, auch an den Schulen und Universitäten. Und das führt dazu, dass man sich teilweise in Verschwörungstheorien flüchtet, dass das Ganze nur eine große Verschwörung gegen die Türkei ist, dass es gar keinen Völkermord gegeben hat oder dass es kein Völkermord in dem Sinne war. Es gibt da viele verschiedene Erklärungsmuster. Aber die Tatsache ist, es gab einen Völkermord. Und da kommen wir dann auf was, was auch parallel zur deutschen Geschichte aufweist, meiner Meinung nach. Nämlich die Tatsache, dass die Täter oder die Nachkommen der Täter, die sich selbst in der Nachfolgeschaft der Täter sehen, dass sie den Opfern diese Tat nie verzeihen werden. Der englische Philosoph Thomas Hobbes hat das hervorragend zusammengefasst. Und zwar hat er geschrieben, einem Menschen mehr Schaden zugefügt zu haben, als man wieder gut machen kann oder will, veranlasst den Täter, den Geschädigten zu hassen. Und das ist ein Phänomen, das wir leider auch aus der deutschen Geschichte kennen, besonders aus rechten Kreisen, aber leider auch aus manchen kleineren Kreisen der linken. Dass man praktisch den Juden nicht verzeiht, dass die Deutschen sie damals fast ausgerottet hätten. Und dass man deswegen besonders auch darauf aus ist, versucht den Juden oder Israelis oder Zionisten, das sind alles Codes, soll alles dasselbe bedeuten, dass man denen möglichst nachweisen will, dass sie selber heute auch Verbrechen begehen und ganz schlimm sind und so weiter. Und das ist auch ein Phänomen, was wir wieder in der türkischen Rechten haben, in Bezug auf die Armenier. Wenn man sich den Konflikt um Bergkarabach anschaut, der jetzt wieder traurige Aktualität bekommen hat. Während des Krieges in den 90ern um Bergkarabach gab es Kriegsverbrechen von beiden Seiten, von der armenischen Seite wie von der aserbaidschanischen Seite. Aber die Verbrechen der armenischen Seite wurden von türkischen Nationalisten besonders hervorgehoben und aufgeplustert und zum Teil selbst als Völkermord bezeichnet. In einem relativ billigen Versuch, den wirklichen Völkermord mit 1,5 Millionen Toten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts irgendwie so unter den Tisch zu kehren oder umzudeuten. Und in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es auch tatsächlich in der Türkei Anschläge durch bewaffnete armenische Gruppen, Terroranschläge. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass diese Verschwörungstheorien von den bösen Armeniern, die das Türkentum bedrohen, dass die sich noch weiter durchgesetzt haben. Und zwar nicht nur in rechtsextremen Kreisen, sondern auch bis weit in die Mehrheitsbevölkerung. Eine besonders absurde Verschwörungstheorie ist, dass die Armenier eigentlich hinter der PKK stecken und dass der ganze Widerstand von kurdischen Bevölkerungsteilen in der Türkei eigentlich nur eine armenische Verschwörung ist. Das geht ein bisschen darauf zurück, dass türkische Nationalisten und Faschisten zum Teil nicht erklären können, warum die Kurden denn nicht Türken sein wollen. In der Sicht der türkischen Nationalisten gibt es ja gar keine Kurden, das sind alles nur Bergtürken. Und die Tatsache, dass sich diese Bergtürken gegen ihre türkischen Brüder wenden, das kann nur eine Verschwörung sein. Und wer steckt dahinter? Natürlich die Armenier. Ein Fazit. Die Verschwörungstheorien gegen die Armenier, die in weiten Teilen der türkischen Rechten zu hören sind, sind, ich kann es nicht oft genug sagen, sind absurde Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen bis hin zu einem Verschwörungswahn, der in sehr vielen Bereichen Ähnlichkeit hat mit dem klassischen Judenhass und dem Antisemitismus, den wir aus Westeuropa kennen. Und das Traurige ist, dieser Hass, der wirkt bis heute noch an. Es gibt noch nach wie vor Gewalt gegen armenische Intellektuelle in der Türkei. Es gibt Anschläge von türkischen Rechtsextremen auf Armenier. Anfang der 90er in Sivas ist ein sehr, sehr gutes, sehr trauriges Beispiel, dem ich nochmal ein anderes Video widmen werde. Und wie bei allen rechtsextremen Verschwörungstheorien, ob das jetzt türkische Rechtsextremisten sind oder deutsche Rechtsextremisten, die Verschwörungstheorien, die sich gegen Minderheiten richten, um irgendwas zu erklären, häufig das eigene Versagen, die müssen mit allen Mitteln bekämpft werden, die wir in einer Demokratie haben.